Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, der eigentlich für die Zukunft in Sachen Rinderhaltung nicht sehr gut aufgestellt ist. Und was liegt da besser auf der Hand, als die Flächen, auch um Energie zu erzeugen, mit Freiflächenanlagen zu belegen? Ich reise nach der Energiewende. Meine Frau hat auch gesagt, wir müssen auch was tun, also haben wir das auch gemacht. Den Bau habe ich laufend mit verfolgt, ich war laufend hier. Die Firma hat sich um alle beteiligt gekümmert und hat die dann alle ins Boot geholt, sprich Stadtrat, Grundstückseigentümer, Planungsbüro und Bürgermeister. Rückblickend ist die Zusammenarbeit, gerade auch bei so einem großen Projekt mit einer Freiflächen-Solaranlage, sehr gut gelaufen. Das war wirklich ein Dialog und da können wir sehr zufrieden auf das Ergebnis dann auch blicken. Das Argument für eine große BV-Freiflächenanlage war einfach eine sichere Einnahme auf 20 Jahre oder mehr, nachhaltig im Gegensatz zu Biogas und einfach eine schöne Sache. tering im Auftrag von CD4 Untertitelung des ZDF, 2020